Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Es geht dieses Mal um Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen im Allgemeinen. Und das ist ein riesiges Thema, ein genauso gehyptes Thema und ich freue mich wahnsinnig darauf, euch das ein bisschen näher bringen zu dürfen. Ich habe mich jetzt sehr sehr intensiv, sehr sehr lange damit auseinandergesetzt und ich glaube mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung, die ich weitergeben kann. Und ja, das gibt natürlich erstens mal sehr sehr viele Gründe, warum eigentlich Bitcoin so unglaublich gehypt ist, beziehungsweise generell alle Kryptowährungen so wahnsinnig gehypt sind. Und die möchte ich euch in diesem Video erstmal ein bisschen genauer darstellen und dann werdet ihr auch noch erfahren, was euch alles in dieser Serie erwartet. Genau, die ersten Bitcoin-Milliardäre sind, naja, sie haben zumindest angegeben, dass sie Bitcoin-Milliardäre sind. Das bedeutet also nicht, dass sie eine Milliarde Bitcoin haben, das wäre ein bisschen arg heftig, weil, ja, aus mehreren Gründen, aber das nachher irgendwann oder später irgendwann in der Serie. Es geht darum, dass ihr Vermögen jetzt mittlerweile in die Milliarden geht, allein durch Bitcoin. Das sind übrigens die Leute, die Mark Zuckerberg verklagt haben und dann einige Millionen von ihm bekommen haben und die haben sie komplett in Bitcoin reingesteckt. Und ja, mittlerweile sind sie tatsächlich bei mehreren Milliarden Euro oder Dollar, besser gesagt. Ja, und das ist allein neuer Kurs vom letzten Jahr, also vom Jahr 2017, von den letzten zwölf Monaten. Und das ist wirklich eine enorme Steigerung. Ich glaube, keine andere Aktie hat so eine Steigerung hinter sich wie der Bitcoin-Kurs. Er ist zwar hin und wieder mal ein bisschen gefallen, aber danach immer noch extremer gestiegen. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal so anguckt. Wenn wir 100 Euro investiert hätten vor einem Jahr, also vor genau zwölf Monaten, dann hätten wir jetzt 1.800 Euro. Und das ist, glaube ich, was, allein das ruft schon bei vielen Leuten Interesse hervor, aber die wenigsten wissen, was eigentlich hinter Bitcoin wirklich steckt, warum das so sein muss tatsächlich, damit das Bitcoin-Netz irgendwie überhaupt noch kann. Und dass es vermutlich auch entweder so weitergeht oder die Bitcoin-Blase, so sagen ja viele auch, dass die platzen wird. Und was das genau bedeutet, warum eigentlich Bitcoin auch als eine Blase bezeichnet wird, warum Bitcoin eigentlich überhaupt nicht mal gut ist, sondern zwar ein interessantes Konzept, aber praktisch überhaupt nicht gut durchdacht ist und dass es eigentlich viel bessere Kryptowährungen gibt. Das wollen wir uns alles in dieser Serie auf jeden Fall noch angucken. Ja, wir sehen auch hier, Hacker nutzen Bitcoin. Warum eigentlich? Natürlich. Es ist eine anonyme Währung sozusagen, das Bargeld im Internet. Und das ist gar nicht so, naja, einfach, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ich meine, ich kann locker mal hingehen und mir offline, sag ich jetzt mal, in den Laden gehen, einkaufen. Die haben nichts gesehen außer meinem Gesicht. Gesicht sieht man im Internet so oder so nicht. Wenn ich jetzt also im Internet ein Bargeld zahlen könnte, dann wäre das natürlich super anonym. Problem ist, wenn ich das ganze Geld mit der Post wegschicken würde, dann nicht so toll, weil es braucht erstens mal lange und zweitens ist es nicht immer gut versichert und deswegen vielleicht nicht die beste Option, die man hier hat. Also was könnte man stattdessen tun? Und ja, da kann man eben auf das Konzept Bitcoin und Blockchain und all das drum und dran. Und wir wollen uns angucken, warum Bitcoin auf jeden Fall mal sehr, sehr anonym war, mittlerweile aber nur noch bedingt ist. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Frage. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir anonyme Zahlungen machen können? Naja, stellen wir uns irgendwie mal vor, wir haben einen etwas kritischeren Online-Dienst, wie zum Beispiel Wikileaks. Dann kann Folgendes passieren. Und zwar hat tatsächlich PayPal Zahlungen an Wikileaks einfach unterdrückt. Wenn jemand Geld an Wikileaks gespendet hat, dann hat PayPal gesagt, nö, führen wir nicht aus. Und das Geld ist einfach auf dem Spenderkonto liegen geblieben und niemals bei Wikileaks überhaupt eingetroffen. Und das geht halt gar nicht. Da möchte man natürlich sagen, okay, hier ist Anonymität sogar wichtig, dass so eine Zahlung ausgeführt wird. Warum unterdrücken Banken oder Banken können das natürlich auch machen. PayPal hat es getan und es wird auch, glaube ich, aktuell, oder nee, nicht aktuell, aber vor einer Weile habe ich auch mal gelesen, dass griechische Konten von PayPal blockiert wurden oder auch Zahlungen an Amazon von griechischen Konten blockiert wurden. Und da ist natürlich wichtig, dass man sagt, hey, das kann eigentlich nicht sein, wenn ich das Geld habe und ausgeben möchte, dann will ich das auch ohne eure Einverständnis machen können. Und ja, da hat man sich halt gedacht, okay, dann muss ich wohl andere Mittel ergreifen und auch das war ein Ziel von Bitcoin. Wie das Ganze überhaupt erstmal möglich war mit dem ganzen Dezentralisieren und alles, das wollen wir uns noch angucken. Mittlerweile gibt es auch, habe ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt, unglaublich viele, viele Bitcoin-Alternativen. Das heißt Altcoins im Endeffekt, weil es alternative Coins sind und ja, die versuchen so ein bisschen die Probleme, die Bitcoin hat, aus dem Weg zu räumen und viele davon oder eigentlich so ziemlich jede Altcoin hat auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Mal abgesehen von vielleicht Dogecoin oder Catcoin oder sowas, also das gibt es auch. Aber es gibt mittlerweile über 1300 Altcoins, also das heißt 1300 Währungen, die im Internet existieren und mit denen man Sachen kaufen kann. Und nicht gerade wenige davon sind auch in den letzten paar Tagen oder in den letzten paar Monaten durch die Decke gegangen. Manche kaufen mittlerweile für über 600 Dollar ein Ethereum oder für über 600 Dollar ein Z-Cash oder Z-Coin. Und das ist natürlich allein schon ein Grund, dass wir uns nicht nur Bitcoin angucken, sondern uns auch angucken, warum eigentlich diese Altcoins auch ihre Daseinsberechtigung haben und warum die teilweise durch die Decke gehen. Denn viele investieren einfach nur in, ja wie in der Börse sozusagen, investieren sie in eine Coin, die gerade am steigen ist und verkaufen sie dann wieder, wenn sie am sinken ist. Und das ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise bei Coins tatsächlich. Ich meine, das sind ja Währungen, im Endeffekt wie Dollar und Euro auch. So kann man es zumindest sagen. Aber diese Schwankungen wie an der Börse, das ist halt nicht ganz so geil, sage ich jetzt mal, für die Coins, weil das macht die Währung dann auch ein bisschen instabil. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute bei Steam ein Spiel für 0,1 Bitcoin kaufen kann, was extrem teuer wäre, aber nur mal so als Beispiel, und morgen muss ich dafür eine volle Bitcoin zahlen, dann sagt natürlich Steam auch, hey, also das ist vielleicht nicht das Beste für uns. Und ja, ich muss da auch tatsächlich sagen, ich finde dieses Hoch und Runter mit dem Kurs, das ist wirklich was, was Kryptowährungen nicht gut tut. Die sollten einfach nur als normale Währung existieren. Aber das passiert natürlich, wenn man sich eigentlich nicht wirklich mit den Währungen auseinandersetzt, sondern sie einfach nur kauft und verkauft wie auf einer Börse. Und ohne irgendwelches Hintergrundwissen. Die wenigsten haben wirklich das Hintergrundwissen, was man dafür braucht, um zu sagen, hey, diese Coin ist gut, die schafft das. Und ja, das möchte ich natürlich mit euch auch noch klären. Die wenigsten von euch wissen wahrscheinlich, was Tokens oder Ecos sind. Auch das möchte ich mit euch noch klären. Also es geht noch viel, viel weiter als Bitcoin überhaupt. Bitcoin hat Probleme, nicht nur ein paar kleine Probleme, sondern wirklich große, gravierende Probleme. Deswegen sprechen auch viele von dieser Bitcoin-Blase und die wollen wir uns auch genauer angucken. Ja, was ihr genau für diese Serie wissen müsst, habe ich eigentlich schon relativ viel gesagt, was wir alles machen wollen. Ich will dafür natürlich jetzt mehr als nur ein Video machen. Ich habe tatsächlich Leute gesehen, die versucht haben, alle Informationen in ein Video zu pressen. Die Mühe mache ich mir nicht. Das ist absolut bescheuert. Dann passiert nämlich sowas wie dieses Kommentar da. Das braucht man nicht unbedingt haben. Es ist tatsächlich mittlerweile nicht nur ein Buch zu diesem Thema rausgekommen, sondern es sind viele Bücher rausgekommen. Die wollen weniger Stoff umreißen, wie wir hier mit dieser Serie. Also bitte habt Verständnis, dass hier einige Videos auf euch zukommen und ich definitiv noch nicht alle aufgenommen habe. Manchmal annähernd alle aufgenommen habe, aber gut, okay. Und ja, wir wollen nicht nur Theorie behandeln logischerweise, sondern wir wollen auch die Praxis behandeln. Das heißt, wir wollen uns angucken, wo kann ich Bitcoin oder allgemein Altcoin oder Kryptowährungen kaufen, wo kann ich sie verkaufen? Was gibt es da für Dienste, die ich vielleicht kennen sollte? Was ist ein Wallet? Wie erstelle ich mir ein Wallet? Und ja, alle solche Sachen wollen wir uns anhören. Und natürlich dann auch meine Meinung irgendwie werde ich auch reinbringen. Relativ viele, ihr habt jetzt schon eine volle Breitseite sozusagen von meiner Meinung bekommen. Das wird euch leider nicht erspart bleiben. Das heißt, wer meine Meinung vielleicht nicht haben möchte, der sollte sich ein anderes Video angucken. Aber ansonsten seid ihr hier genau richtig und ich habe wirklich vor, hier relativ viel zu dem Thema zu machen, weil es auch einfach extrem wichtig ist und unsere Anonymität vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen in den Griff bekommt. Gut, als letztes möchte ich mich noch bedanken bei meinen ganzen Supportern. Erstens mal natürlich bei meinen Patreon-Supportern, die mich jeden Monat unterstützen und natürlich bei meinen PayPal-Supportern. Da habe ich jetzt mittlerweile auch schon Leute gehabt, die mir einfach was gespendet haben. Das finde ich super, super nett von euch. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das Ganze hier wahrscheinlich nicht so einfach möglich. Speziell bei den PayPal-Supportern möchte ich mich nochmal direkt bedanken, weil ich habe keine Möglichkeit, euch irgendwie was zu schicken oder sowas. Also vielen, vielen Dank nochmal. Das gilt natürlich aber auch für meine Patreon-Supporter, klar. Und natürlich auch bei meinen Abonnenten, die immer fleißig dabei sind und sich neue Videos jederzeit angucken. Ich habe mittlerweile mehrere 50 Klicks oder sowas quasi nach 5 Minuten, wenn ich ein Video freigegeben habe. Das ist einfach unglaublich und ich freue mich riesig darüber, dass ihr so aktiv dabei seid. Auch bei allen, die das Community-Projekt so krass unterstützen, die da so viel Zeit reinstecken und Arbeit auch reinstecken und ja, so viel Wissen auch da wieder einbringen. Und ja, ich finde das wundervoll und ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür und ich hoffe, wir machen noch lange, lange so weiter. Gut, und das war es jetzt von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.